Mein Name ist Nikolai Uferbeck und ich komme aus Halstenbeek. Ich bin seit fünf Jahren Rechtsanwalt, habe die ersten vier Jahre als angestellter Rechtsanwalt in mittelständischen Kanzleien in Hamburg und Pinneberg gearbeitet und bin seit dem letzten Jahr in eigener Kanzlei selbstständig. Ich vertrete sowohl Privatpersonen als auch kleine und mittelständische Unternehmen. Ich möchte mich gerne für die Interessen meiner Mandanten einsetzen. Der persönliche Kontakt ist mir dabei sehr wichtig und zu erfahren, worum es meinen Mandanten geht. Denn nur, wenn ich genau weiß, was meine Mandanten bewegt, wie ihre Lebenssituation ist, ihr wirtschaftliches Umfeld, kann ich die optimalen Lösungen für sie finden. Mir geht es vor allem darum, tragbare, tragfähige und schnelle Lösungen für die Mandanten zu finden, anstatt langer Rechtsstreitigkeiten. Denn nur so kann man effektiv sein Recht erreichen. Auch wenn es Ihnen weitergeht. Es geht um das letzte Mal, aby es Ihnen Die Wasn't buttons, was ich jetzt mal entholt? Ja, ich bin nach meiner Sicht. Ich bin nach dem Datenschutz-Kanzlei-Zun. Ich bin nachdem Kanzlei-Zun. Ich bin nach der necesario hier. Ja, ich bin nachdem Kanzlei-Zun. Ich bin nachdem Kanzlei-Zun. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit.